Wie beendet man eigentlich den Faden auf der Rückseite? Dafür gibt es verschiedene Methoden, denn Stickstiche sehen auf der Rückseite unterschiedlich aus. Wenn auf der Rückseite sehr viele Fäden vorhanden sind, kannst du den Faden ganz einfach verweben. Dazu gehst du mit der Nadel zwei bis drei Mal durch den ganzen Fadensalat. Dabei ist wichtig, dass du jedes Mal die Richtung wechselst. Diese Methode funktioniert sehr gut bei Flächenstichen wie dem Plattstich. Doch was ist, wenn auf der Rückseite keine Massen an Fäden sind, sondern nur eine Linie? In diesem Fall gibt es zwei Methoden, den Faden zu verweben. Bei der ersten gehst du mit der Nadel immer von der einen Seite durch die vorhandenen Stiche. Das wiederholst du mindestens so weit, dass du zwei bis drei Zentimeter umwickelt hast. Dann drehst du das Werk um und umwickelst die Stiche noch einmal zurück. Ähnlich funktioniert die zweite Methode. Dabei wechselst du immer ab, von welcher Seite du den Faden durchschiebst. Diese beiden Methoden funktionieren sehr gut bei Linienstichen wie dem Rückstich oder dem Stielstich, wo sich auf der Rückseite eine klare Linie abzeichnet. Nun gibt es aber auch Stickstiche, bei denen sich nur sehr kurze oder wenige Stiche auf der Rückseite abzeichnen. Das ist zum Beispiel beim Hexenstich, Wabenstich oder auch Knötchenstichen der Fall. Hier hilft es, den Faden auf der Rückseite zu verknoten. Dafür kannst du entweder zwei Knoten direkt übereinander setzen oder den Faden mit einem der vorhandenen Stiche auf der Rückseite verknoten. Hier darf der Faden hinter dem Knoten nicht zu kurz abgeschnitten werden. Circa zwei Zentimeter sollten noch herausschauen. Wie du den Faden am Anfang befestigst, zeige ich dir übrigens in diesem Video. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, lege ich dir meinen Anfängerstickkurs Handsticken leicht gemacht ans Herz. Dort lernst du Schritt für Schritt alles Wichtige rund ums Sticken. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung oder auf pomora.de Bis zum nächsten Mal. Schöpfchen. Wir machen uns nicht mehr. Vielen Dank.